Guten Abend, herzlich willkommen zum Wetter vor 8. Es gab heute schon dichte Wolkenfelder über Deutschland, vor allen Dingen über der Mitte und dem Süden. Ganz anders als in den vergangenen Tagen. Und Sie sehen zwischendrin auch noch mal größere wolkenfreie Flächen, also wo es heute auch Sonnenschein gab. Und diese Wolken aus Westen, die bringen jetzt schon mehr und mehr Regen. Und es gab große Unterschiede bei den Temperaturen, denn aus dem Norden fließt im Moment schon ganz schön kalte Luft herein. Leck heute 8,5 Grad, Bochum 10,9, in Köln 17,4 Grad, Rheinfelden sogar noch mal 20,2 Grad. In den nächsten Tagen werden wir es überall nur noch auf einstellige Höchstwerte schaffen und liegen damit deutlich unter dem, was für Ende März, Anfang April dann normal ist. Und es kommt jetzt auch Regen auf uns zu. Gott sei Dank, den haben wir ja dringend nötig, weil es viel zu wenig geregnet hat im März. Und Sie sehen, vor allem nach Süden hin wird es auch mal etwas mehr sein können. Insbesondere Richtung Wochenende. Also südliches Baden-Württemberg, südliches Bayern bekommt eine Menge Regen und in den Hochlagen auch Schnee ab. Sonst sind es meist immerhin so zwischen 10 und 20 Litern, die da bis Freitagabend zusammenkommen können. Zum Teil auch durch Schauer. Bei uns geht es in der Nacht weiter mit dichten Wolken, die sich aus Westen immer weiter ausbreiten. Die haben dann auch Regen dabei. Nach Nordosten hin noch lange Zeit locker bewölkt oder sternenklar. Auch von der Nordsee kommen im Laufe der Nacht ein paar Schauer herein. Da, wo es längere Zeit die Sterne zu sehen gibt, wird es auch am kältesten mit Werten um minus 1 bis minus 3 Grad. Nach Südwesten hin morgen früh noch mal 3 bis 10 Grad sogar am Oberrhein. Am Vormittag dann weiterhin dichte Wolkenfelder, die sich von Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Baden-Württemberg über die Mitte ausbreiten. Direkt am Alpenrand Richtung Allgäu ist noch kurz Sonne dabei. Auch nach Nordwesten hin einzelne sonnige Abschnitte. Richtung Mecklenburg-Vorpommern ziehen Schauer, die bis in die tiefen Lagen auch mal ein paar Schneeflocken dabei haben. Im Laufe des Nachmittags dann weiterhin nach Süden hin. Und über der Mitte dichte Wolkenfelder. Einzelne Gewitter kann es in Baden-Württemberg und Bayern geben. Und von Norden und Nordwesten her kommt dann zumindest gelegentlich mal kurz die Sonne raus. Ansonsten bleibt es bei dichten Wolkenfeldern und eben bei Schauern und auch Regen. Die Temperaturen steigen morgen Nachmittag auf rund 2 Grad Richtung Erzgebirge. Da kann es auch am Vormittag mal länger schneien. Ansonsten werden es so 7 bis 14 Grad im Südwesten sein. Im Süden braucht es am längsten, bis diese recht warme Luft ausgeräumt wird. Der Wind dazu ist meist schwach bis mäßig, kommt aus unterschiedlichen Richtungen. Dann geht es mit Schauerwetter und Aprilwetter weiter am Donnerstag, Freitag vor allem nach Süden. Denn auch mal kräftiger Regen und Schneefall. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich komme zum Ausdrucken. Ich komme zum Ausdrucken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017